Musik 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 Geh von deiner Position einfach nach Osten. Alex, du wirst kaputt gehauen glaube ich oder? Ich hab... ich seh's gerade. Nach Osten gehe ich ja. Ah, ne ähm, Entschuldigung, westlich. Entschuldigung, mein Fehler. Mach die Karte auf dem Game FC einfach nach Westen. Da sind wir dann, wir zwei. Siehst uns auf der Karte. Ähm, was mich jetzt wundert, weil ich bin jetzt eigentlich nach Osten gegangen, da wo ihr... Ah, dann ist das ein Minuswert. Kann sein, ja. Habt ihr einen Minuswert vor... oder vorstellen? Nein. Nein, auch eigentlich nicht. Ja, dann bin ich wahrscheinlich 2000 Felder weit weg von euch. Kann gut sein, ja. Oh du Scheiße, wir können grad mal gucken. Aber ich find das mit dem Wasser so cool. Und da gibt's Fisch hier drinnen? Keine Ahnung. Ähm, nein. Ich glaub nicht, oder? Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas gehört von wegen Fisch. Ja, es sah so aus, aber das sind's... Genisnasen. 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 Ja, bau dir so ne Axt. Oder warte, ich bau dir einen. Ja, ich hab hier so ne Keule, so ne Keule hier hab ich. So ne, passt doch. Ich wollt grad sagen, er kennt die ganzen Crafting-Teile nicht. Also, am Anfang hilft's ihm vielleicht besser. Natürlich. Oh, ich hab hier ne Toilette gefunden, die hauen wir gleich mal. Äh, dein Magen hat geknurrt, wie geil ist das denn? Das ist schon immer. Also, jetzt nicht ganz seit Anfang, aber... Nee, aber sein Magen. Ja, das... Kann sein, ja. Das ist, wenn... Wenn er zum Beispiel Hunger hat, oder wenn du Chili gefressen hast, oder rohes Fleisch zum Beispiel. Dann romant er mal. Man kann im Game nicht mehr Optionen? In die Optionen ist ja läppsch. Ja, hab ich schon lange nicht mehr. Ähm. Also wartet mal, ihr seid zwischen Wüste und Grünzeug? Nein, beides Grünzeug. Und Grünzeug, genau. Zwischen Grün und Grün. Also, geh einfach auf der Linie, einfach nur Richtung Osten. Ah, Richtung Westen, Entschuldigung. Mein Fehler? Ah, ich vergesse, verwechsel es immer. Ähm. Feier Axe, warte mal, was ist das Problem? Was sind denn da Waffen? Da. Komm her, du Rabbid, du! Verstech! Schell, Sniper, Affle, Spekt, Wooden Club, bla bla, wo ist es die Scheiß? Armbrust, da ist die Crossbow. Oh, hallo, geh doch mal weg, man. Ich muss wissen, wohin ich geh. Hä? Ähm. Ich kann es damit mit Sticks machen. Was? Hä? Was habe ich denn? Ähm. Zombies kloppen. Dann kloppen uns mal. Naja, ich bin vielleicht wahrscheinlich gut. Auf der anderen Seite sind wahrscheinlich welche. Was soll der Scheiß denn? ich glaube um volle energie volles live alles voll tot ein verstrahltes gebiet gegangen ist also die sollen eigentlich anders aus aber jetzt schon mehr laufen hier waren eben zombies wo sind die alle hin aber hat sich einiges in der grafik getan seitdem ich hier das ist das letzte mal gespielt habe ja okay das ist ja auch ein gutes jahr her ich habe ja schon gesagt warum ich weiß wo zambi ist unterwegs sind da sind auch häuser könnten wir uns mal ein mal für für der weil da war einfach nicht in ordnung da gibt es doch sicher küche mit was der futter bei der richtung dabei hat uns mal eine forge und kraft noch ein bisschen reaktion auf jeden fall die müldinger mit wo ja und die ständchen kann man auch auf die steinchen auf jeden fall kleinen ich höre irgendwo ein zombie wo kann es sein ja klar ist dass man jetzt auf der karte nicht auch angezeigt wird per pfeil oder sowas weil man verliert sich ziemlich schnell und die vegetation ist jetzt irgendwie mehr waren höheres gras also und es ist auch nicht mehr so flach es ist kommt jetzt überlegt ist mal wahr das macht eigentlich ziemlich hübsch ganze aber auf der normalen glaube ich verloren und sich hier springen nach dahinten stein die darf ich nicht liegen lassen ich habe kein wasser mehr was zum verdursten ganz schlecht hat stefan nicht irgendwie gesagt man kann jetzt auch trinken irgendwie wie ging das ich bin vorher wasser gestanden habe aber nichts gesehen wie ich davon kann wie geht das stefan also beim bezahlen wo das im haus ich habe ich gemeint was war das war mein magen leck mich am arsch ich denke die ganze zeit ein köter wer hinter mir da ist ein zombie dann ja komme ich gleich dazu irgendwie ich jetzt erstmal vor dann tut mir leid und ich jetzt übrigens auch cool gz aber wo alex ganz ganz viel zum missen was passt doch das ist für unsere frage bei dir da oben norden und osten also n und e nein norden und westen verstehe ich das dann haben die das wie ein kreuz auf aufgericht hier der dicke kommen wir zu mir die ist essen drin essen ganz viel zu lassen wasser ich will schon leben du kannst an wasser flüssen rangehen wollen wir das noch sitzen nicht wasser flützen ja wasser flüssen flüsse sehen mehr scheißegal das ist drin dann kannst du mit rechts ich weiß mal nicht ob du dann halt brackwasser trinkt wahrscheinlich meine gefordert bevor der krepp hier ist ganz ehrlich würde ich wahrscheinlich auch ein liter brackwasser reinhauen oh ja selbst davon ja nicht kriegst du halt nur dieses und ein bisschen die wir auf das reiern muss also das war das problem ich hatte nämlich norden und osten okay ich habe und ich bin halt in die hohe richtung gelaufen also und beim koordinatensystem auf meiner hälfte pendlers weiter nach rechts und ich hätte aber am anfang direkt nach links gemusst nach westen rüber genau das war nämlich das problem ich bin nämlich immer weiter gelaufen und es sah immer beschissener aus und ja hier ist alles gut okay das ist doch gut und so gibt es auch schon länger wobei die gab es die nicht schon früher ich weiß nicht auf welche version sie gab aber die hat damals nicht viel gespielt er hatte vielleicht wenn es hochkommt zwei tage waren aber das ist cool wenn ich das so gemacht hat ganz ehrlich würde ich wahrscheinlich gleich mit plärern sie sich hier aber schon wo mal zeigen ja wie ziehe ich die mütze denn an oder so magst du den inventar auf und dann ist es oben so ein da steht inventory crafting und charakter und unter dem charakter okay offen hast dann ziehst du einfach die mütze auf den kopf alles klar ein waffenschrank endlich nein wie es nur sind alle waffen zerlegt ah hier ist ein shotgun jetzt machen wir da mal schicht im schacht schacht im schicht komm herr idiot alle Aber jetzt wird auch endlich die Munition ordentlich angezeigt, wie viel du noch hast und so. In dir fällst du Truller. Oh, ne Auto-Batterie. Oh, Benzin. Sehr schön, sehr schön. Ja, komm her, du doof. Okay, so, jetzt brauche ich jetzt unbedingt mal ein Campfire und ja, Cooking Pot wäre super. Ich habe einen Cooking Pot, zwei Stück. Du hast einen Cooking Pot, na super, wir müssen unbedingt das Wasser abkochen hier. Ähm, Steinchen für den Campfire. Steinchen, Steinchen. Oh, nice. Ja, ein kaputter Spiegel, jawoll. Acht. Acht Steinchen, reichen doch. Wo bist du denn? Ich vom Haus. Vom Haus, ja. Campfire. Vor welchem Haus? Ähm. Wir haben... Wir haben komisch blau angekürzt. Ich hab quasi... Ich hab's gesehen. Okay, ich hab's gesehen. Ja, warte, ich geh mal kurz den Zombie da hinten killen. Ach, mach's mir Tabletten. Irgendwo zerlegt grad'n Zombie irgendwas. Ähm. Da hast du nen Cooking Pot... ...eines Feuer. Ja, dann kochen wir gleich mal Wasser ab, dass wir wenigstens da bisschen was haben. Kann ich jetzt irgendwie auf dem Boden liegen? Ja, mit Kuhle ist das zu gefallen. Hier vor mir. Okay. Jetzt hier liegt das Haus, ich muss den Sammy killen. Wasser und was zum Verheizen. Holz. Jo, Wasser ist unterwegs, so, brauchen wir ein zweites Gucken, Feuer und dann auch, wir brauchen einen Forge. Hier ist ein Safe. Boah, hier ist ein Safe mit allen möglichen Einzelteilen drinne. Im Keller? Ja. Jo. Ich auch schon gesehen. Aber ich kann auch keine Waffen zusammenbauen, das ist das Problem. Okay. Du wirst lernen. Wo kann man denn hier nach oben? Jetzt, ich baue jetzt mal eine Forge, wir brauchen noch mal ein Werkzeug hier. Was? Was? 1. 3. 2. 3. Was? Okay, das war jetzt gut. Okay, das war jetzt gut.